Was ein scheiß Dreieckspass, ich habe nichts gesagt, sehr schön, danke fürs Rating, Jason. Nice, ich leide es. Der hat aber in die Luft getreten Also Digger, ich steh unten frei Komm doch vor allem, schrei mal rein Digger Ja! Halt's Maul! Ja! Komm her du Wichser, komm doch Ich geh einfach Na gut, ich komm mal rein Sehr schön Ja! Boah! Alter, kaum ist Denden dann Spaß Spaß, 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 Spaß Also Denden, seitdem du das Connecting bist, haben wir unsere Tore verdoppelt Alter, ist der geflogen, wie lange der Ball geflogen ist Sehr schön, sehr schön Digger, das f***ing, mein f***ing Ding war oben über Denden, ich hab ihn gar nicht gesehen Dann hat Denden immer die gleiche Farbe gefügt Ja! Der hellblau und dunkleblau Richtigen Chaus gewählt, schön Denden Das ist der richtige Spar, Digger Digger, du hast mit 44 Passgenauigkeit und 9 Ballverlust ein Rating von 8,5 Wegen einer Vorlage? Ja! Und noch mehreren guten Chancen, die ich rausgabe, das habe ich halt einfach so gut Was, Hölle? Wie, wie, wie? Zu faul Problem Achso, lol Mach dir, mach dir, mach dir Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen, bitte? Ich werde die ganze Zeit... Ich werde die ganze Zeit... Ich werde die ganze Zeit umgefoult Ja, Eisbeiß, was willst du? Ja! Okay! Hat das überhaupt ne Rote gegeben? Bin mir nicht sicher Halt zum Maul! Halt zum Maul! Der war aus der Umdrehung, oder? Was?! 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 Das ist so dumm, Junge! Ach, Digger, wie zur Hölle! Alter, Digger, du lieb, du kuschelst mit der Seitenlinie, Digger! Nice! Was zum F***, was das für ein Kopfball, Junge! Hä, man hat nach dir geschlagen! Ja! Wohl! Flank! Jawohl! Alter, also gleich fliege ich wirklich in die Mittleren! Wirklich, wenn du noch einmal passt, ne? Ich zwölge noch Kreis! Mit was schießt man denn sonst? Mit zwei Halbbalken! Mit drei Balken! Was für Balken, Junge! Ja, da gibt's keine Balken! Wirklich? Nein, irgendwie, ich weiß nicht, ich achte da nicht drauf! Junge, wie schön ist der? Oh, oh, nee! Wir lassen doch kein Bot schießen, oder? Genau, Moment! Wo ist der Kling, Adolfs Maul? Ja, warum wohl? Es fehlt, der die fehlt! Merkste? Ja! Komm! Sehr schön, holy shit! Und die haben wir auch reingeschossen mit dem D artific! Täh-täh-täh-täh-töh! Täh-täh-töh-töh-tüh-täh-täh! było falsch! Oh, Mann! Kannst du nicht auf den kleinen lupfen. Oh nein, der Bot. Oh, Jungs, wir können doch nicht so den Ball verlieren. Könnt ihr doch nicht so den Ball verlieren. Ich dachte, er trifft dich. Los, los, alles Erfolg. Jubel jetzt mal. Ja, sorry. Ich jubel jetzt mal. Wie scape ich? Martin, schieße ich einmal ein Tor und dann verlieren wir. Digga, ich dachte schon, leg dich doch einfach hin weg, Blüdius. Leg dich doch einfach auf Small, dann hätten wir den Elber, Alter. Ich will sie nicht legen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ich erleben darf. Endlich Abschluss. Oh. Oh, das war schon so krass. Das war auch zu viel für die Gegner, Digga. Das war sogar zu viel für mich, Digga. Hey. Wir rüllen den Ball und dann krieg ich Minus-Rating. Oben. Oh Gott, ich wollte hochpassen. Nicht da oben. Ja. 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 Oh nee. Oh sie das. Ja. Ich will mir gleich eine Karte, wenn die so weiterspielen, Junge. Ich mein's ernst. Du auch. Was funktioniert? Achso. Eine Pokémon-Karte. Ach, Digga. Die machen zwei Sonntagsschüsse. Also wie kann der ein Rating von 7,6 haben wegen der Vorlage und den Flanken, Junge. Passgenauigkeit 38, Ballverluste 8. Halt's Maul. Das ist halt die einzige Möglichkeit. Wir kombinieren. Das funktioniert nicht. Wir haben den Job gegeben. Das ist gut. Wie kommt das durch? Wie? Wie? Solange es die Fassel ist. Kamera. Fick. Sehr schön. Nee, nee, nee. Der ist anders. Ah, da war es aber keiner mehr. Was? Was? Was war ich gerade sehend? Ich hab's ja gekauft. Warum steh ich eigentlich da? Ich hab doch eh keinen Zweck. Deswegen stehst du ja da. Wieso? Ich kann das nicht. Ja, mir ging ja nicht mal rein aufm Bildschirm. Legit. Und jetzt müssen wir uns das nochmal anschauen, weil die nicht skippen, Junge. Hör doch einfach davon. Oh, direkt das war unser erstes Tor hier. Was? Was war das für Tor? Hast du mit Haka? Ja. Ah, shit. Und dann packt er ganz tief. Was? Oh mein Gott. Was? Digga, wie heiß. Kann ich nicht mal hingucken. Ja! Bam! Oh! Boah! Wie? Du hast keinen Platz. Das ist ein bisschen breiter. Ach Digga, warum funktioniert das? Ist das schlecht? Joge! Schon wieder so ein Ding. Was ist das für eine Taktik? Was ist das für eine Taktik? Ich nehme mein Herz. Ja, wird geblockt. Benne? Nein Kraft. Benne! Ja! Kopfball! Vorlage! Endlich! Ich habe direkt nur 7-Belt hier hoch bekommen für eine Flanke. Ach, halt's Maul Digga, es ist halt Interliebele. Nächstes FIFA, ich gehe auf den Flügel, f***t euch. Ach Digga, er riecht es einfach Digga, er schmeckt! Ich hab grad Schokoherzen gegessen, ich schmecke grad auch richtig geil. Oh, einer ist völlig frei. Er hat sich ... Oh, was? Krass! Komma, war das scheiße! Tö, 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 tö. Tö, t tö tö. 9-0 Reingepasst! Habe ich den. Wie lange muss ich den Kreis drucken, dass du mal einer anständigen Schuss macht Junge. Und dann nelren durch. Flang, flang jetzt! Dunkelrotes Time-Finish. Ja, das war wirklich schickige rotes Time-Finish, was sich der getriggert hat, Bro. Warum nicht mit dem Kopf? In 20 Meter. Voller Eiser, dunkelrot! Lach nicht! Kopfnuss Aua, Digga, habt ihr's gehört? Wir sind's. Boah, wir sind's! Schön in das Eck. Was für Fick passiert hier? Das war alles. Wer ist er? Legit, wer ist das? Wer ist Diabito, Junge? Ja, das ist unser Zehner, deswegen sehen wir den nie. Okay, er flankt rein, vielleicht mein erstes Mal. Ja! Ja, komm! Ich hab' auch wieder reiktet, Entschuldigung. Ich kann nicht mehr. Ach, ja, was ist das auch für'n Schuss? Ja, ein 0,1 hochbekommen. Hä, hallo? Ja, ja. Er schleicht zum Ball und lässt sich da rumgefallen, Junge. Ist das gut. Boah, komm, der wird richtig krass. Nein! Ich hab rot! Boah! Boah! Wie, was bin ich hier sehen? Da hat jemand Eier im Nacken. Aber Männer Eier. Was?